Oh mein Gott, wir haben kein... Oh nein! Du Arsch! Du... Wow! Dalu? Das war ich, ich bin grad hier reingeportet! Ich bin gerade durch den Teleporter gekommen! Als die Leiche hier hingeportet! Herzlich willkommen zurück Leute zu TTT Blitz! Heute auf der Pac-Man Map mit Granz McFly, Julie, Kunran, Maru und Shigo! Hallo! 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 Wir hatten heute allgemein mal ein bisschen kleinere Special Maps, weil wir ein bisschen weniger sind. Ist ja ein anderer Aufnahmetermin. Ab nächster Folge ist dann wieder alles normal. Das sieht gleich aus! Ich... Ich bin verrückt! Der verfolgt von Julie! Ja, ich mach doch gar nichts! Achja, hier gibt es jeweils einen Trailerraum für jeweils einen Geist. Und der schubst einen und macht Schaden. Und hier schieß einer! Da kann man rein und dann... Auf der anderen Seite wieder raus, Julie, wie bei Pac-Man! Oh! Das ist ja episch hier! Sorry, hier läuft gerade eine Spinne an meiner Wand! Hey, ich hab keine Spinnen! Nein, an meiner Wand! Hier zu Hause! Ohhhh! 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 Alle Geister sind noch zu Hause! Hey, warte mal! Da ist einer tot! Wah! Wir hier! Volt! Oh, ist doch ganz schön weit weg! Weiß jetzt einer, was das für eine doofe Maßeinheit ist, Alter? Was? Was? 1500 Meter weg sind jetzt hier keine 1500 Meter, aber die sind halt alle! Ey, Julie! Jetzt was passiert! Es gibt wirklich einen Trailer! Ja, weil ich erst die Waffe klauen wollte! Und dann können wir sagen, dass er mich erschießen will! Das kann man doch verstehen! Ich glaube, es sind die beiden Mädels! Warum? Ich darf doch mal der Frau hinterherlaufen! Ja! Hier! Da! Und du hast es nicht gesehen schon! Nein! Oh, schade! Mach ich doch, Eddie! Deine DNA hatte ich gehabt! Das heißt, ich wusste eh, wo du bist! Furchtbar! Nein! Da war hier lang! Es war knapp! Es waren alle tot! In einem Gang! Ja! Ich hab gut aufgehäumt, muss ich sagen! Ich hatte die Tür... Traitor-Tür einmal aufgehören! Türkische Tür! Was? Türkische Tür? Oh Gott! Traitische Türke Tür! Das war 1 zu 1! Hast du die damals eingesungen? Es macht sooo Spaß, hier Traitor zu sein! Oh Mann! Ich bin's nicht mehr! Hä? Shigo ist es doch! Die hat sich jetzt vor mich teleportiert auf einmal! Ich hab nichts gemacht! Shigo hat sich teleportiert, erschießt sie! Okay, jetzt reißen sie sie konnten, ne? Die tun mich gar nicht an, fucken! Die sind doch blau! Hast du Pac-Man nie gespielt, Mann? Blau sind sie gut! Ja doch! Aber das ist too much hier in 3D! Die blau sind ganz so sie töten! Die sind schon im Knast! Wenn man hier in den Automaten geht, kann man auch Pac-Man spielen! Nein! Konran! So ne Scheiße, Mann! Nein! Nein! Wer war's jetzt? Konran? Konran wurde wiederbelebt! Und Shigo auch! Und Shigo auch! Shigo und Konran sind's! Oh, guck mal hier! Nein! Lass mich! Ah! Man hat keine Wasser zu spät! Konran, der andere! Nein! Steht das da, knallt alle ab! Shigo guckt nur zu! Ich dachte mir so, what the fuck! Hallo? Nein! Konran ist da in der blauen Wand mit den gelben Punkten auf dem Boden! Ah! Hab ihn! Knaulen! Er ist wirklich da! Er rennt gerade über die gelben Punkte Richtung Mitte! Ah! Ich hab die Lebe! Oh lolol! Ja, dann musste er loslaufen, weil ich wusste wo ist's! Was ne Runde! Trance war ganz normal an Ende ey! Und ich hab gespawnt und wurde sofort erschossen! Das war verrückt! Crazy! Ja! You make me crazy! Aber alle müssen so mitmachen, gell? Is triggered! Triggered! Ich triggert das, hallo! Triggered! 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 Du kannst jetzt die kleinen Figats rausstecken und drehen, damit wir das Geräusch hören! Ja! Ich hab' ne Nase, Juppi! Das ist doch ziemlich bunt! Oh Gott! Ich bin Daddy! Daide, daide! Hä? Oh? Leck? Oh mein, oh Gott! Oh nee! 90 Grad! Oh yeah! Oh Gott! Die Ecken! Die Ecken, also die, es ist sogar runde Ecken hier, das heißt, das Ding könnte überall hinfliegen! Oh nein! Nein! Ich schieß' das Ding alle glatte Minute durch irgendeinen Gang! Oh nein! Ich hab' Angst! Gestörter Mörder! Ja! Ein Irrer läuft hier durch die Gegend! Immer hier bei vier, in zwei Sekunden fliegt das erste Sägeplan los! Wann immer? Wann immer? Oh shit! Ich muss mich hinter ihm verstecken! Das, das Problem ist, ich hab' das Gefühl, das ist ziemlich egal bei der Waffe, weil das könnte sogar in einer Richtung einfach gehen! Ja, aber wenn du hinter ihm stehst, dann hast du... Oh shit! Ich steh' hier! Einer ist grad im Traitorum! Julie ist tot! Der Geist kommt! Jaja, einer ist im Traitorum! Ich konnte leider nicht mehr sehen, wer... Blinky, nicht Blinky! Oh nein, wieso bin ich bei ihm? Warum... Julie wurde mit dem Boomerang gekillt, aus der Richtung, von der ich kam! Ich glaub' der Boomerang war nämlich für mich! Und nicht für Julie gewesen! Kunrad ist bei mir! Ja... Ich... Ich glaub' der Boomerang sollte mich treffen und nicht... Oh! Guck mal, ist hier ganz in der Nähe gewesen, Kunrad! Was? Julie ist tot! Oh mein Gott! Mein Gott! Ey, verzieh' dich, Junge! Vorsicht! Der Geist kommt da los! Scheiße! Hab einen! Ey, warte mal! Sie war doch Traitor, ich wollt grad sagen! Also, Iggy kill Terroristen? Ey, ich hab' die getötet hier! In neun Sekunden ist wieder so weit! Ah! Sie! Andere Seite gehen! Da bin ich sicher! Bei Max! Hallo! Max ist es! Könnte überall sein! Ah, okay! Das ist die Spur! Kennst du das Item noch? Kleine Upgrades! Okay! Hehehehe! Nö! Nö! Oh Mann! Nö! Ist aber auch gemein! Ist ja ja gemein! Da ist er wieder! Der Geist holt ihn! Renn euch in den Geist! Ah! Schon wieder? Ich glaubte jetzt hinterher! Oh Mann! Oh, er kommt schon! Ich hab ihn doch gerade in letzter Sekunde entfacken gesehen! Und wieder gekauft, ey! Oh nein! Ah! Oh Mann! Nicht herrlich! Jetzt will ich mal nicht gekillt werden! Oh, da ist der Geist! Ja! Da steht halt, er killt alle Terroristen, die Geister, aber ihr seid alle Terroristen! Ja! Ja! Da gibt's einen Fehler in der Matrix! Da, 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 da! Du musst einfach alle vier losschicken, dass hier überall Action ist! Hab ich ja versucht! Intervention macht Sinn! So, kann ich jetzt nochmal nicht Traitor werden? Dankeschön, liebe Freunde! Traitor oder nicht Traitor? Ja, aber dann kann Shigo mich auch mal nicht töten! Ja! Vielleicht kann ich's trotzdem! Ich weiß! maybe eine Kickstarter hat in keinen Fall war's vielleicht! Ja! 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 Oh! Ha! Noch einer! Das heißt, beide Traitor sind in den Räumen. Oder ne, es war nur einer. Ich dachte, der Rode ist auch weg. Nein! Ja, die Kluge ist wieder angeschaltet. Warum spawn ich hier im Runde? Weil du immer an diese Pac-Man-Dinger läufst, an den Wänden. Ja, die Pac-Man-Dinger, die sind richtig. Aber McFly hat den Geist nicht losgeschickt. Ich glaube, das war Kunrad. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kunrad ist. Ich bin ziemlich sicher, dass Kunrad ein Traitor ist, selbst wenn du den Geist nicht losgeschickt hast. Beschütz mich, beschütz mich! Ich glaube, Maru ist es wirklich. Der hat sich gerade geportet oder so. Wo sind sie denn? Achso, Kunrad. Noch ein Geist wurde hochgesendet. Der orange Geist wurde hochgesendet. Was wieso, Maru? Wir haben doch immer noch eine 50% Chance. So schlecht ist das gar nicht. Trump haben 50% aufgereicht. War der Geist. Ich habe hier eine Juli. Ich stelle mich vor den Geist und mache den Telefon. Und? Warte mal, also wenn es Maru aber nicht ist, dann ist es wie... Maru ist noch am Leben. Ja, bei Juli kommt... Könnte Juli sein. Da hättest du auch eins zu eins zusammenzählen können, McFly, dass es Juli dann sein muss. Er gibt drei, genau. Da hinten ist Maru beim Geist. Bei welchem Blau? Nee, bei weiß. Und Juli rennt mit dem Hümerang vor sich. Ah, der greift! Ich glaube, sie hat Maru getötet. Autschen! Sie müssen es doch beide sein. Juli! Du kommst nicht weg. Hey, Kackwurst! Ja, ich hatte nicht nachgedacht und er war es auch schon zu spät. Aber gut. Ja, guck ich in die Punkte-Liste, weil Juli müsste es auch sein... Oh nein. Die letzte Raum gefunden leider. Aber Maru war der Sieger. Der hat Juli ihre Sache bekommen, ey. Ja, es tat so gut. Verdächtig rumgelaufen. Verdächtig rumgelaufen. Verdächtig rumgelaufen. Verdächtig rumgelaufen. Verdächtig rumgelaufen. Das reicht schon. Straftat. Ich fand aber schön, dass ich überführt wurde, weil ich mich teleportiert habe. Denn er hat mir vor allem ein Teleporter-Arz. Ja, aber ich habe die ja vorher geblitzt, da habe ich das ja... Ja, nee, du ist richtig. Wokamaka-Fo? Ah, der Geist! Der hat mich erschreckt. Was ist denn das hier, Fizz? Das ist ein Job. Der hat einen Job gemacht, ja. Ein Geist fehlt schon. Das ging schnell, ey. Ja, der fährt hier. Nein, der fliegt. Der fährt. Wenn er fahren würde, wäre es fake. Der hat eine Gangschaltung. Kondran schießt auf mich. Kondran trifft mich. Willst du den Geist umbringen, oder was? Ich verfolge. Ich verfolge. Ja, aber warum sollst du überhaupt schießen? Weil du ein Traitor bist. Hey! Wen tretet er? Kondran ist Traitor. Kondran ist Traitor. Entschuldigung, Imperativ. Hey, hier wird geschossen. Der Kondran schießt weiter. Nur hat er auf mich geschossen. Der geht immer hin und her durch die Teleporter. Wer hat dich da angeschossen? War das die Grenze? Mach du mal jemanden. Kondran frei zum Abschuss. Er ist tot. Ich habe ihn gekillt. Kondran frei zum Looten. Ach. Oh nein. Nicht decken. Will Looten. Ich will Looten. Ich hab's verdient. Ich bin Deta. Ich darf looten. Kannst du mich heilen? Ja, warte. Pass auf, gleich wirst du umgebrannt. Wurde erstmal einkaufen. Ah! Hey, wer war's jetzt? McFly. Hä? Wurde McFly. Wollte er durchgehen. Ich hab nur noch 9. Also du hast gut Damage gemacht. War wieder am Arsch. Gut gemacht, Julie. Ey, lass mich doch teabacken. War ich frustriert. Viel besseres von dir gewohnt, Kondran. Der Frust, Kondran. Ja, warum? Jetzt läuft der Amok. Schubidu. Schubidu. Bist du mal auf das Geräusch machen. Schubidu. Schubidu. Wenn man dann by the way weiß, dass einer von den Traitern in den Geisterräumen ist, dann muss man einfach nur bei den Teleportern stehen an beiden Seiten. Weil hier kommen die da irgendwo raus. Das wäre Camping. Ja, weil du kannst ja auch durch den Teleporter gekommen sein, weil du auf der anderen Seite reingegangen bist. Ich mach's etwas على doen. Der hat den Knopf gedrückt. Ohoho. Vielleicht geht's los. Bam, 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 bam! Sack. Ich hab' die nicht. Alle Geister sind noch. Warum. Achso. Warum drückt ihr denn eigentlich den Geister-Knopf, wenn kein Geist unterwegs ist? Daloo, du siehst so feminin auf einmal aus. Das heißt, ich war eh nur. Das heißt, ich bin... Ach ja, wir haben eh die Models. Und die Traitor sind wie der Skelette, oder was? Da ist er hinter dir! Digo! Oh, ich hab dich... Digo wieder wie immer Traitor. Hab er nett gesehen. Das ist ihre Map, ey. Ich muss noch blitzen! Ich brauch erstmal eine Kombo-Lader. Der D-Stand hinter mir und ich... Nicht, wenn ich vor dir blitze. Direkt ein Bumerang in die Fresse, ey. Ich blitz Schuli gleich. In der Fresse, du. Schuli wird gleich geblitzt, ey. So sieht's aus. Nee, ich hab noch einen Blitz übrig. Ja, dann musst du aber früher blitzen. Ja. Ich brauch nur eine Prognose. So, der kann's wieder nicht. Schauen wir mal. Welcher Blitz zählt? Der erste. Der erste ist es. Ja, ja. Oder der von Juli. Und du, Juli, kannst du blitzen? Ich kann nicht. Ja, ich kann. Dann tu ich sie. Aber du dich auch nicht. Aber es ist random. Blitzen ist für dich sonst doch auch nicht. Es sind beide. Das ist schon jetzt. Also, aber ich glaub, dass Juli es ist. Wow. Ich brauch'n Tipp, wer es sein könnte. Ich grenz. Oha. Danke. Waru vielleicht. Hey. Klassener Boy. Was ist das? Oh, wenn das ne Kompulator wäre, wäre das anders ausgegangen. Juli, jetzt flitzt oder ich erschieße dich. Dete-Befehl. Verwende deinen Blitz. Blitz, Maru und Kundran. Da ist Kundran. Oh nein, er ist es nicht. Ich hab Maru gerade rumlaufen sehen. Er stand ganz ruhig. Und jemand hat den Geistbeug reaktiviert. Geist? Maru teleportiert sich hin und zurück. Oh nein. Hinter dir, Juli. Juli, ist es schon wieder. Nein. Nein. Quasi. Ja, sie hat einfach auf mich gewallert. Oh yeah. Oh yeah. Ich bin verbuggt. Lauf, Juli, schnapp sie dir. Juli. Ja? Du weißt doch, wer es ist. Ja? Ich lass dich aber vor. Vorsicht, der Geist hinter dir. Der war nicht interessiert. Juli, komm her. Komm, ich bin nicht. danke was du bist du bist du der geist alter fast wirst du tot und da haben wir gewonnen ich hab schon kurz schwarz gesehen bis zum nächsten mal tschüss